Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed. Ja, aufmerksame Zuschauer werden jetzt sofort schon gemerkt haben... Hey, Brian, an dem Nissan GTR ist irgendwas anders. Ja, man sieht es schon am Heck. Eine deutliche Veränderung, wir haben schwarze Umrandungen der Lichter. Der Rückscheinwerfer. Aber das ist nicht alles. Ich schwenke einfach mal rum. Ja. Ja, wir waren uns, glaube ich, in der letzten Folge alle einig, dass das Design von unserem schönen GTR hier grottig war. Aber wirklich extrem grottig. Deswegen habe ich mir mal zwei Stunden hier dran gesetzt und mal was Neues designt. Ja, das ist selbst designt. Das ist nicht aus irgendeinem Archiv gezogen oder aus einer Trendliste. Das ist selbst designt. Wir haben auch ein schöner Rionity-Schriftzimmer an der Seite. Ich glaube, das kann sich schon sehen lassen. Ich finde, das ist geil. Das hat auch schon ein bisschen was von... Oh, mein Baby. Denn der Nissan ist eine der Karren, die wir rausfahren werden. Und deswegen kann man sich das durchaus mal gönnen. So. Sich mal zwei Stunden dran setzen, macht man sonst nicht für eine Karre. Aber für einen Nissan GTR kann man das durchaus gerne mal machen. So, dann wollen wir mal rausfahren. Und wir werden gleich mal ein paar Amy-Missionen fahren. Egal, wie weit die Aule weg ist, wir werden Amy-Missionen jetzt fahren. Denn ich brauche Teile. Das kann doch nicht angehen, dass ich kein Bodykit für einen Nissan GTR habe. Das geht nicht. Nein. Nee, das geht nicht. So, Amy, was hast du für uns bereit? Und ich habe auch, während ich in der Garage gestanden bin und die Aufnahme vorbereitet habe, eine Nachricht bekommen von irgendjemandem. Mal gucken wir einfach mal. Melissa? Hi, Melissa hier nochmal. Die Challenge-App sagt dir, wann, wo, was passiert und zeigt Ergebnisse und Daten deines nächsten Laufs an. Die Gewinner kommen weiter. Ganz einfach. Die ersten Event-Infos sind da. Fert gleich einen Blick auf die App. Ähm. Melissa? Was? Wer ist das? Ähm. Eddie's Challenge. Ach, ja, da war ja was. Habe ich den anderen verpasst? Habe ich den anderen für eine Aufnahme? Ich weiß ja nicht. Wir haben eine Nachricht von Melissa. Nee. Doch, das war eine Nachricht. Das war eine Nachricht. Hi, Melissa hier nochmal. Nein. Das hatten wir gerade. Hi, Melissa hier nochmal. Nee. Halt die Klappe. Danke. So. Also wir haben jetzt auch die Melissa-Challenges. Auf Deutsch gesagt. Ähm. Das wurde, glaube ich, von Travis eingefädelt. Wenn ich nicht ganz irre. So, hier oben haben wir Amy, da wollen wir hin. Ist ein bisschen weit, ne? Egal, das kriegen wir hin mit unserem GTR. Jeder hat ja ordentlich Bums unter der Haube. Das sollte man halt ganz easy hinkriegen. So, dann fangen wir mal zu Amy hoch. Gucken wir mal, ob wir da was reißen können. Eddie's Challenge. Hat das jetzt überhaupt was mit der Story zu tun, oder ist das so ein Bonus? Das wurde, glaube ich, auf einen riesen Level freigeschalten. Ich weiß es nicht. Ja, Baum. Hi. Ja, Leute. Für die es nicht wusste, ich bin Umweltaktivist. Ich muss täglich einen Baum küssen. Das ist so eine Kampagne. Natürlich, was sonst? Donut. Wir haben ja schon keinen Donut. Zieh mal rum. Das hat noch zu viel Power. Ich kriege den Donut nicht hin. Verarschen. Wenn ich komplett auf die Bremse latsche, dann steht der nach vorn. Die Bremse ist zu schwach, verdammte Scheiße. Okay, den Donut kriege ich nicht hin. Meine Bremse ist zu schwach. Alter. Ja, das passiert, wenn man einen Turbolader und alles einbaut. Aber immer noch Standardbremsen drin hat. Rayon, das ist eine gute Idee. Echt, ich könnte euch das mal ansehen. Nee, ernsthaft jetzt mal. Hi, Spieler. Ich bremse rein. Okay, war der Rückkehr zu sagen. Bremse, komm hier. Und ich latsche jetzt drauf. Mit Vollgas. Der macht steht nach vorn. Ich stehe gerade auf der Bremse. Ich stehe auf der Bremse. Und der fährt. Wieso fährt er? Wieso fährt die Karre? Ich stehe voll auf der Bremse. Ich glaube, die Karre ist zu krass. Ich stehe voll auf der Bremse. Also ich stehe nicht auf der Handbremse, aber auf der normalen Bremse. Aber die Karre, die geht einfach trotzdem nach vorne. Wie geil ist das denn? Okay, ich glaube, die Karre hat doch ein bisschen zu viel Bums. Aber scheiß drauf. Egal. Nächstes geht sie schön durch die Kurve. Das finde ich sehr schön. Fotopunkt. Bremse. Aaaaaah. Hat doch so funktioniert. So. Wir nehmen den Fotopunkt hier noch mit, weil das ist wichtig. Es ist auch schön, dass wir dadurch, dass wir den jetzt gut aufgetunt haben, wir haben jetzt glaube ich, wie viel Pace haben wir jetzt eigentlich? Acht Tonber? Ich weiß gar nicht, wie viel Pace wir haben. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Pace. Länge mehr wie vor dem letzten Mal. Deswegen haben wir jetzt eine deutlich höhere Beschleunigung. Und das bedeutet, wir kommen deutlich schneller und deutlich besser durch die Kurven. Weil ich auch in den Drifts noch beschleunigen kann. Das heißt, ich kann in den Drifts noch steuern. Das ist auch viel besser. Das war zu eng. Was war nochmal die Amy, die Gute? So, hier sind wir schon. Amy, I'm here. Scholz ist hin und her. Fahre die Events mit Amy. Alles klar. Okay. Wir wollen nicht nur fahren, wir wollen gewinnen, habe ich gehört. Du starte dich ganz hinten. Ein Togo. Okay. Hey, 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 hey. Ich bin normaler Wegge. Danke. Du musst hier weiter. Danke. Punkte. Wie geht es um Punkte? Was? Gibt es hier Punkte oder was? Ach so, das ist ein... Ach so. Der wird ja meistens klar gewinnen. Alles klar. Ich fahre ein GTR. Der driften kann. Ich gewinne. Aber sowas von. Ich zeige euch jetzt mal, was Punkte sind. Bitteschön. Crème de la crème. Macht mir das mal nach. Hier, komm. Gib ihm. Der Fall. Komplett den Berg quer hoch. Ihr habt keine Chance gegen meinen Drift-Flissern. Dass er nicht weiter aus anfangen kann. Das hätte ich deutlich mehr Punkte gegeben. Ich versuche jetzt alles schwer zu fahren, was geht. Davon sehe ich schon noch eine wunderschöne Kurve fürs Querfahren. Wenn ich die jetzt gut erwische. Wuschelt. Ah, wunderschön. Ah. Schön. Alter. Die haben keine Chance. Alter. Obwohl. Die machen auch ganz gut. Ist okay. Ja. Ich versperre mal die Straße, Leute. Fahrt mal nicht rein. Nee, der macht doch ein bisschen Kissen. Ich bin der Zeitplatzierte. Der ist nicht weit hinter uns. Okay, wir haben doch ein Problem. Also schlechter dürfen wir jetzt nicht sein. Also, wir dürfen uns nicht auf der sicheren Seite wiegen. Ja, Leute. Fahrt komplett vor mich. Ist okay. Geh weg, Amy. Ah. Ich bin verarschend. Sind da? Die Beschleunigung ist geil bei dem Nissan. Amy, geh weg. Das ist eine schöne Gruppe. Amy will versaußen. Amy, geh weg. Ah, schön. Schön, schön, schön. Wunderschön. Ups. Die Gruppe habe ich da sehr müde. Okay. Geh weg. Alter, geh doch weg. Oh, verdammt schon. Ich bin gerade richtig verliebt. Wenn ich mich erinnere, wie ich in der ersten Folge von diesem Let's Play gefahren bin. Und jetzt fahren wir den Berg hier komplett quer hoch und runter. Das ist doch einfach nur schön. Wir haben die 100.000 geknackt. Wie geil. Das ist einfach nur episch. Episch geil. Ich liebe diese Karre. Ich liebe dieses Spiel. Ja. Moment, endet in. War geil. 124.000. Amy, geil. Das war krass. Oh, macht mir das mal nach. Synchron King. Das ist... Genau so ist das. Genau so. Der beschreibt's. Und zwar Creme de la Creme beschreibt's der. Wir sind bald Level 26. Oh, schön. So. Hörpicht, ey, gell. Guter Lauf, Mann. Hätte aber ein bisschen besser für mich laufen können. Das Gas hat verzögert angesprochen. Sehe ich mir mal an. Bis später, okay? Ja, ja. Das Gas. Erstehen wir's da drauf. Ja, ist okay. Robin ist da oben. Das ist auch wieder so ein Drift Train. Drift Train bin ich ja nicht so der Freund von. Irgendwie haben wir grad gar keine Mission. Hier unten ist Eddie's Challenge. Rundkursrennen. Hm. Das ist mir natürlich auch geil. Der trägt die gut XP. Wir müssen auch mal wieder Spike machen. Oder Menno. Dann haben wir nicht mal Menno gefahren. Wir könnten hier mal runterdüsen zu Spike. Alter, theoretisch. Obwohl das wäre ein scheiß weiter Weg. Hm. Wo sind wir denn gerade eigentlich? Wir sind hier oben, ne? Ach so, wir sind da. Huh. Der Unschlüsse gerade. Wollen wir jetzt das Bike runtercruisen, oder? Komm, wir cruisen das Bike runter. Spike, wir haben dich schon so ewig lange nicht mehr gemacht. Und danach cruisen wir mal zum Menno. Menno haben wir, glaube ich, am allerwenigsten noch gemacht. So. Cruisen wir da runter. Ist ja nicht weit. Nee, gar nicht. Dreh dich bitte. Ich will keinen Katz da reinmachen. Danke. Eigentlich wird das im GT-R-Sort mal ziemlich floppt unten sein. So groß ist die Map ja nun auch wieder nicht. Und ein Fahrzeugteil. Aber da komme ich nicht runter, ne? Schade. Schade, schade, Schockeler. Oh, da fahren wir mal runter. Zeit fahren. Da sind wir aber alle schon gefahren. Oder nee, das sind wir nicht gefahren. Das ist neu. Okay. Das sind wir mal gefahren. Ja, ist okay. Da habe ich fast übersteuert. Okay, müssen wir rein. Ah, wunderschön. Seht ihr das? Mit Topspeed hier reingekröpelt. Ich habe gezirkelt. Das ist immer nur schön. Ich liebe diese Karre. Genau deswegen bin ich jede Ehrsucht. Fuck. Da war ich doch ein bisschen zu schnell. Alles klar. Oh nein, Taxis. Die Taxis. Das ist ein altes Midnight Club 2-Syndrom. Da kamen auch immer Taxis, die über die Kreuzung gekurvt sind. Das war nicht immer so assi. So. Machst du mit? Ja. Was müssen wir eigentlich machen? Zwei Straßensperren. Ja, okay. Auf die Straßensperren will ich jetzt nicht achten. Die Outlaw Quest ist eigentlich die Questreihe, die mich am wenigsten anfühlt. Ich weiß gar nicht, warum das so liegt. Denn eigentlich bin ich ein Fan von guten Verfolgungsjagden und so weiter. Aber in diesem Spiel sind die Verfolgungsjagden eh so lame als mit dem her. Also was ist immer die Outlaw Quest? Willst du mich bitte? Dann fahrt hin. Was ist denn? Was? Und du auf Check-Off. Ich hab grad zusätzlich aufs Gespräch geachtet. Wir sollen zur Garage fahren, weil... Okay, jetzt machen wir in der nächsten Folge. Was ist denn in der Garage, bitte? Okay, im Gegenfall gehen zu fahren ist richtig dumm. Warum fahr ich im Gegenfall? Okay, ich bin dumm. Aber das Navi zeigt es an. Ja, wir haben auf jeden Fall in der nächsten Folge am Start der nächsten Folge, wenn wir auf der Garage stehen. Also könnt ihr schon mal auf eine kleine Überraschung von Travis gefasst machen. Nee, ihr spoilert in den Kommentaren raus. Das ist, ich bin selbst mal wieder. Ich hab Travis mal wieder angeschüttet. Keine Ahnung. Au, au. Ich werd da dich stärker reinbremsen. Ja, komm. Ich bin auch so, ne? Ja, ist okay. Woran bin ich jetzt hängen geblieben, bitte? Okay, da geht der Schrott. Alter, nee, wo bin ich jetzt hängen geblieben? Ich will jetzt was. Nee, ehrlich, wo bin ich da jetzt gerade hängen geblieben? Was ist ne glatte Bande, verdammt? Ach, ich will sag mal jetzt, wo ich hängen geblieben bin. Hier ist nix zum hängen geblieben. Okay, diese Spielphysik ist assi. Einfach nur assi. Kannst du nix gegen... Wo stehen hier Leute rum? Hier ist nix zum hängen geblieben. Okay, die Stange. Ist die Stange... Die Stange, die Stange, die ist hier nicht massiv. Sind Stangen hier massiv? Teste das jetzt? Die sind da nicht massiv. Nee, die hätte ich also nicht hängen geblieben können. Die hätte ich aber weggeräumt. Kann ich an der Stange hängen geblieben, muss ich sagen. Das ist unrealistisch. Egal. Stimmt. Okay, dann machen wir noch schnell zu Spike runter. Machen wir das Rennen noch schnell in diese Folge. Und dann gibt's in der nächsten Folge ne klug, ne Überraschung von der Liebe, ey. Und der sagt von dem lieben Travis. Denn der hat ja ne Überraschung. Aber wir müssen jetzt zum Deiner. Nee, das ist nicht... Ist das das Deiner? Nee, das ist Longhorn, oder? Ist das Longhorn oder ist das Deiner? Wie ist, glaube ich, das Longhorn? Billard 2, glaube ich, Longhorn, ne? Bin ich ganz irre. Spike, was geht denn? Gratuliere, mein Freund, Testpart bestanden. Jetzt schalten wir Eingang hoch. Ist das irre. Magnus postet ne Challenge. Guck. Hey, check das. Der Urban Outlaw persönlich. Hey. Whoa, whoa, whoa. Ich hör hier die verrücktesten Sachen. Ist alles sauber? Mhm. Absolut, Mann. Wir haben's dem gezeigt. Hey, wenn unser Magnus darauf nicht abfährt. Sollte die auch... Wir haben ihn da, wo ich ihn haben will, Mann. Magnus, wir kommen und holen dich, Bro. Alles klar, Jungs. Mal sehen, wer da draußen ist. Kommt ihr? Sorry, aber wer da draußen hat ne Challenge von Magnus Walker? Und wer da draußen versägt ihn auch, Mann. Die Nacht ist jung. Klasse Unterstützung, Travis. So eroberst du nicht sein Herz. Was verstehst du denn schon davon? Ja, gönnt euch ein paar leckere Drinks, ne? Ich wollte jetzt rennen, Spike. Was ist jetzt hier? Wo ist denn mein Uran, oder? Oder hab ich denn schon auf der Karte? Ich habe nichts auf der Karte. Alles klar, okay. Ja, gut. Spike, ich bin enttäuscht. Ich dachte, jetzt kriege ich ein Rennen von dir. Ja, gut. Dann fangen wir zu Menno. So. Oder du meldest dich jetzt noch, Schatz, Spike? Oder du wächst deinem Rennen ist kürzer als zu Menno's? Was ich nicht glaube, aber im GTR bin ich da gleich unten. Ja, dann fangen wir jetzt ein Driftrennen mit Menno. Ist ja auch egal. Im GTR hier schaffe ich jedes Driftrennen. Easy. So. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch mehr Power reinpacken sollen. Wohl. Wenn man schon GTR fährt, dann sollte man den komplett. Aber. Ach, jetzt zeigst du mir das doch da lang an. Gerade hätte ich noch abbiegen sollen. Okay. Ja, entscheide ich mal. Ist okay. Hier ist GPS. Soll ich einmal entscheiden? Hey Leute. Chilt mal. Ich weiß ja, das ist auch nicht massiv. Das ist massiv. So, dann fangen wir zum Menno. Menno. Jetzt hat mich gerade verwirrt, die Kreuzschule. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe wirklich so ein kleines... Ah, jetzt schon entkommen? Mann. Ich kann meine Längel verfolgen. Aber die Folgen in diesem Spiel sind einfach das größte Manko an dem Spiel. Das Spiel könnte so geil werden. Mit zwei Verbesserungen. Erstens Tag. Und zweitens krassen Verfolgungsjagden. Mit Cops, die wirklich was können. Und nicht nur diesen Möchtegern-Cops, die eigentlich nichts drauf haben. Die gerade mal die Ausbildung in der sich haben, wahrscheinlich. Und den Führerschein nebenbei gemacht haben. So einen Armutskurs. Das sind die Cops hier. Ich meine, hier ist Street Racing Szene und so. Kinder der Kräme am Start und so weiter. Aber die Cops können nichts. Das ist unlogisch. Okay, das sind echt geile Kurven. Interessant. Ja, Spike bitte. Ja, nicht schlecht. Geh ich zu. Spawn ihn nicht so an. Er verbreitet Unruhe und stachelt die Leute. Hey, ihr hört mit. Kurven sind zu eng. Auf geht die Jafferei. Bis auf diese Irren, die sich mit den Cops angelegt haben. Habt ihr gehört, was sie neuerdings treiben? Ihr beiden habt alles auf den Kopf gestellt. Jeder jagt den Zeiten nach, die Magnus aufgestellt hat. Ihr habt einen neuen Trend gestartet. Eher eine neue Art, die Dinge zu tun. Hörst du das, Mann? Die Leute kopieren uns. Und? Mann, Vorsicht, Spike. Du weißt nie, wohin das führt. Ganz nach oben. Oh, Spikey. Du überraschst einen immer wieder. Weißt du noch? Gut. Ich muss dann mal los. Bis später. Bis dann, Travis. Kurven sind fucking nochmal zu eng. Die Kurven sind zu eng, die gehen nicht. Die Kurven sind zu eng. Klar, Mann, ich werde die Zeit von Magnus pulverisieren. Mach das mal, Spikey. Ich habe hier Probleme beim Berg. Wenn das hier die Strecke ist, wo mein NU gleich runterheizen will. Ne? Das geht nicht. Das ist zu eng für einen GTA. Ich brauche hier entweder ein kürzeres Auto oder irgendwas, was komplett auf Drift aufgebaut ist. Das ist zu eng. Das kriege ich nicht. Langgezogene Drifts gerne, aber. So eng. Ich kann. Das Problem ist, ich kann. Ich komme nicht auf Driftgeschwindigkeit. Wenn ich zu schnell in die Kurve reinpresche, ist der Punkt, also die Spanne, wo ich, also der Punkt, wo ich quasi in den Sprung reinspringe, so minimal klein, also da die Spanne, wo das noch funktioniert. Das ist einfach näher. Die GTR ist dann doch ein bisschen zu sehr. Aber das kann natürlich wieder mal nur ein Ausrede von mir sein. Du willst dich da nicht wirklich runterheizen, oder? Nein, du bitte nicht. Okay, wir sehen uns wahrscheinlich gleich im Fehl. Okay, die Zeit läuft. Mach dich startklar. Ich bin startklar. Oh, shit, 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 shit. Ich sehe auch gerade, dass wir schon seit... Okay, wir nehmen schon über 20 Minuten auf. Okay, heute eine sonderlange Folge. Heute gibt es eine Sonderspecial-Folge. Oh, shit. Alter, creme de la creme. Bergab geht es ja doch. Wir dürfen halt nicht Topspeed fahren. Das wird zu einem angesetzt. Ah, fuck. Wenn man, wenn man erst mal angebremst hat, die Kurve, ne? Alter, Menuh, fahr mir nicht voll in die Karre. Siehst du, dass ich an der Bande hänge? Der Fiskopf, verschwinde. Du wirst mich nicht. Wenn man, wenn man einmal den Drift angesetzt hat, hat man entweder versagt, oder man hat zimt... Ja, fahr vor, Menuh. Oder man... Entweder man hat versagt, oder man hat... Kriegt die Kurve. Aber man kann nicht aus einer... Aus einer versagten Kurve eine gute Kurve machen. Das gibt's nicht. Aber du brauchst den Schwung... ...durch die Beschleunigung. Um die Kurve hinzukriegen. Oh, shit. Das muss es bei draußen. Erst 9000. Oh, man. BTS. Einfach für das... Da eine hier zu brachial. Mann. Lass den mal bitte eine lange Kurve gehen. Das reicht nicht. Ja, das hier. Das hier ist schön. Machen wir. Das sind GTR-Kurven. Da hast du recht. Das sind GTR-Kurven. Oder das hier. Guck mal, das fahre ich auch quer hoch. Ja, das da vorne. Das sind GTR-Kurven. Da bin ich voll dabei. Das hier sind GTR-Kurven. Da bin ich voll dabei. Ja. Das hätte ich besser hinkriegen können, aber wir haben schon über 30.000. Nee, gar nicht. So was hinkriegen. 30.000. Ich nehme noch easy hin. Was ist mit 40 hin? Easy. Das 20.000er-Level hier gerade war... nicht gerade herausfordernd. Aber für die Kurven hier reicht auch ein GTR. So, ziehen wir hier rein. Sehr schön. Und davon haben wir schon was. Das war doch easy. Schön reingezogen. 40.000 haben wir nicht mehr zusammenbekommen, aber 38.000. Doch, wir haben 40.000. Das ist mal. Geil. Geil, geil, geil. Geil. Ihr seht gerade, wir haben gar nicht mal so eine over-mega-lange Folge. Weil das Rennen ziemlich schnell ging. Ciao, Amy. Tschö. Menno, kommst du auch noch? Menno, tschö. Menno hat der echt geile Karremuskel ausgegeben. Menno, bitte. Das war super cool. Danke. Sind noch jede Menge Berge übrig. Und was ich so höre, werden die Cops bunten nicht weniger. Lass uns fahren. Jo, lass uns fahren. So, ich habe mal noch das Auto teilt hier in dieser Folge. Was ist das Auto teilt? Dankeschön. Oh. Voll einstellbare Bremse haben wir gefahren. Geil, okay. So, brauchen wir. Ihr seht doch. Hier, voll auf der Bremse und ich fahre. Guck, ich stehe voll auf der Bremse. Warte, ich stehe jetzt. So, ich stehe voll auf der Bremse und Gas. Das klingt nicht gesund, was ich hier mache, aber es funktioniert. Leute, auf jeden Fall, das war es für die heutige Folge von Need for Speed. Ich danke mir immer wieder mal fürs kräftige Zuschauen. Fürs kräftige Zuschauen. Ja, kräftig Zuschauen, nicht vergessen, Leute. So, die Rion, die Karre haben wir deutlich verbeult. Wir müssen auf jeden Fall in die Garage fahren. Und da soll ja auch eine Überraschung von unserem lieben Travis stehen. Das werden wir uns in der nächsten Folge diese Überraschung geben. Ich kann schon nicht mehr labern. Ich bin schon viel zu müde. Es ist schon wieder viel zu tief in der Nacht. Egal, Leute. Ja. Rion sagt tschau. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Gebt eine Bewertung ab und schreibt eine nette Kommentare. Und tschüss.